Musik 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 Schönen guten Morgen hier von AIDA SOL Wir sind hier auf der Leinen-Los würde ich sagen Sondern auf der Ahoi-Tour hier Wir sind gestern ja ab Kiel gestartet Und hinter uns seht ihr schon hier die Kreidefelsen Wir haben hier so einen kleinen Logenplatz bei direkt unserer Kabine Sehr sehr weit vorne liegt Ja, da wollen wir uns mal ein bisschen die Kreidefelsen Wir müssen uns näher anschauen Und leben heute mal so in den Tag rein Und wir nehmen euch natürlich so ein bisschen mit Hier auf unseren 3-Tage-Trip Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier, unser zweiter Seetag auf unserer Reise mit AIDA-SOL, startet sind wir hier ab Kiel. Heute haben wir ganz entspannt hier mal ein bisschen die Seele erbauen lassen. Das kam mir gerade am Frühstück wieder aus dem Waffalo. Wir haben jetzt hier gleich ein kleines Date. Und zwar, da hinten liegt sich schon eine Diva. Eines unserer Flotte, die jetzt hier auf der Rede liegt und auf ihren Einsatz wartet. Mit AIDA-Diva haben wir ja 2018 die vorletzte Transatlantik-Reisebahn von Warnmünde. Und da haben wir heute die Mail-Liste, die ich euch verlinke in der Infobox. Und wir sollten uns noch mal langsam ranpirschen. Und dann machen wir, glaube ich, eine kleine Runde um AIDA-Diva. Und dann geht's hier Richtung Süden nach Riechenkehl. Und wir nehmen euch auch so mit durch unseren Tag. AIDA-Diva wurde im Jahre 2007 am 20. April genau getauft. Und ist eins der Schiffe der Pfingst-Klasse, der Flotte von AIDA Cruises. Und fast bis zu 2500 Passagiere-Crews. Ungefähr 700 Kollegen an Bord. Und AIDA-Diva liegt seit der Corona-Krise vor Skagen und hat natürlich immer Besatzung mit an Bord. Und wir haben mit AIDA-Sol die Kollegen hier mal besucht. Und die haben uns alle wirklich einen sehr schönen Empfang aufbereitet. Standen vorne am Bug und haben dann entsprechend hier mit Transparenten und Plakaten uns begrüßt und gewunken und gemacht und getan. Und zwei Kollegen hier von der Besatzung haben dann auch vorne nachher gestanden und noch ein Liedchen getrellert. Das war schon echt eine sehr, sehr schöne Begegnung und auch eine sehr emotionale Begegnung. Vor allem, wenn man weiß, dass die Kollegen auch sehr, sehr lange dort nicht mehr von Bord gehen konnten und ihre Familien nur sehen für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, AIDA-Diva ist, sage ich mal, oder beziehungsweise war etwas, ja, man merkt sich an, dass sie lange Zeit jetzt nicht im Dienst gewesen ist. Und der Rost nagte doch ziemlich an ihr, sodass ich denke, dass bevor sie wieder in den Einsatz kommt, auch nochmal kurz auf die Werft geht, um dort ein paar schöne, ja, Verschönerungsarbeiten über sich ergehen zu lassen. Und dann kann sie auch schon wieder in See stechen. Ja, und danach war dann doch wieder ein bisschen chillen hier auf dem Pooldeck angesagt hier, ne, schmal. Ja, die Seele ein bisschen baumeln lassen, den Blick ein bisschen über das Pooldeck streifen lassen. Ja, und war echt ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Und wir haben da schön gelegen, haben hier die Füße hoch gehabt, haben mal nach links und nach rechts geguckt. Hier ab und zu auch mal ein Drink genehmigt, hier unseren Captain Cola, den wir auch sehr gerne zusammen mal einen trinken. Ja, und dann zwischendurch ging es mal ins Theatrium, haben den Vortrag des Lektors hier gelauscht, der sehr, sehr informativ war und auch das sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, und dann warteten wir dann auf die nächste Vorstellung hier im Theatrium, das sich über drei Etagen ja erstreckt auf drei Decks, muss man ja genau sagen, hier in der Seemannssprache. Und wenn uns das Hüngerchen geplagt hat, sind wir natürlich auch mal essen gegangen und das haben wir dann hier am Marktrestaurant auch gemacht. Ja, die Restaurants, die Buffetrestaurants sind etwas umgestrukturiert, nämlich es gibt keine Buffets mehr, sondern hier am Platz Service und man kann aus drei verschiedenen Menüs das passende für sich dann auswählen. Jedes Buffetrestaurant hat immer das gleiche Menü mit ein, zwei kleinen Varianten. Ja, und dann hier Captain Out, war natürlich auch ein Stargast in Anführungszeichen hier. Herr Wiebrecht, ein altgedienter Kapitän von AIDA Cruises, erzählte uns Stories aus seinem doch sehr bewegten Seemannsleben. Der ein oder andere Lacher war hier absolut garantiert. Ja, und dann kam wieder der Hunger und dann ging es ab hier ins Best Burger at Seas und da haben wir uns mal einen Burger gegönnt. Ja, und danach geht es wieder zur Bewältigung der Fressnarkose aufs Pooldeck. Ja, und dann heißt es wieder Füße hochtun, ein bisschen den Tag ein bisschen planen mit AIDA Tagesplaner. Ach, das war übrigens ein alkoholfreier Drink, der war wirklich sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, wie er heißt hier, Blue Moon oder Blue Shadow, wie auch immer. Er war echt sehr lecker und sehr gut. Ja, und das ist so der Blick vom Liegestuhl aus. Mal ein bisschen draußen aufs Wasser gucken, dann vielleicht nochmal hier den Kopf nach oben in Richtung Sonnenschirme stecken. Ja, es war echt sehr, sehr entspannt, die Zeit auf AIDA Sol. Und diese drei Tage ging echt so schnell vorbei und heute Abend, glaube ich, war schon das nächste und letzte Highlight hier auch angedacht. Und zwar die Durchfahrt durch den großen Belt. Ja, und mit diesen Bildern, sage ich mal, wollen wir uns auch noch verabschieden von euch für dieses Mal. Die nächste Reise ist im September geplant und zwar dann mit der AIDA Prima auch eine Ahoi-Tour ab Kiel. Ja, wenn ihr mögt, seid dabei, abonniert unseren Kanal und dann lasse ich euch mit der Durchfahrt durch den großen Belt allein. Und ich sage Tschüss, euer Schmitti hier von Schmittis on Tour. Ja, ich sage Tschüss. Ja, ich sage Tschüss. Ja, ich sage Tschüss. Ja, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.